Das will ich jetzt schon wieder seinen Helm abnehmen, dann erkenn ich ihn auch kaum noch. Deswegen lass ich ihn ja drauf. Ja, aber du hast es nicht egal. Du siehst, die gibt es in unserer Markerkirche. Wir gehen gleich hier schön hoch, bis dort irgendwo. Das sieht aus nach Friedhof, oder? Jö. Sehr schön. Und dann doch. Ich sehe Weinreben. Oh nö. Ich höre Wein, Wein, Wein oder Mi, Mi, Mi oder sowas. Jetzt macht euch fertig, 1-1 geht vor. Und los. Da geht sogar bergab, wir können von den Reben auf den Friedhof runterrollen. Ah, dann gibt es so viele Optimisten. Schick mal, Glock bitte nach ganz vorne. Ja, bin ich doch die ganze Zeit schon. Karte. Alleine. Ja. Check. So, wir sind hier. Jawohl. Check. Gehen jetzt die Straße hoch. Auf den Friedhof vor. Ihr seht, Weinreben, viele. Und dann greifen wir an. Red. Ja. Dann auf der Straße aus. Okay, einfach zum Ende. Gut. Eins geht. Okay, bravo, einsatzbereit. Dann schließt euch an, los, dann mach ich ihn. Zwei geht. Okay, anschließen. Zwei geht. Vier geht, Kopf geht. Halligausch, geht ins Training. Jawohl. Der Jay hat ein paar Stellungen auf der Karte markiert. Die erste, an der wir gleich vorbeikommen, die ist soweit leer. Ja. Okay. Ja, das ist die Karte vor dem Friedhof. Die müsste nicht. Ja, gesichtet. Das ist das HMG, oder? Ja, das ist der Karte, wo wir vor dem Weg gemacht haben, glaube ich. Ja. Brauch was dran. Hier durch den Wald durch oder auf der Straße bleiben? Straße. Wir müssen rechts gucken. Hi. Wir haben da oben auch direkt mal die Punkerstellung, die uns gerade sieht. MHQ. Ja, die ist da auch gesetzt, glaube ich. Gut. Du siehst ja die Marke auf der Karte, der hat ein bisschen was ausgedrückt. Fick dich. Wo denn? Von links. Hört sich aus. 240 an. Gerade. Halt da mal ordentlich rein, Mombi. Da lebt er wahrscheinlich noch. Ja, der liegt genau hinterm Baum. Zero? Ja? Hi. Mombi, Kopf runter. Ah, jener Wichser. Mombi, wir gehen da rein. Kreuze. Mombi, wir checken kurz, ob der noch da ist. Einfach checken, ob der Schütter noch lebt. Genau hinterm Baum sagst du, oder? Ja, hinter dem einen hat er gelegen. Und es kam da, dass ein Mündungsfeuer her. Ja, der ist aber weg. Ja, der ist bekämpft. Zurück. Ach nein, nicht schon wieder. Bist raus, oder was? Scheiße. Geht nicht so weit. Ja, ne. Schütze ist bekämpft, haben wir gerade gesehen. Rechts haben wir noch irgendwas. Ich glaube, Mombi macht gerade wieder einen Abgang. Wir gehen, äh, wir gehen links auf der Straßenseite. Jawohl. Alpha links der Straßenseite. Weiter geht's. Ja, das ist ja vom HQ unter. Achtung. Ich krieg's nochmal kurz Visiere. Ich krieg von hier schon Beschuss vom HQ runter. Ist es der Buker? Ich glaube, ja. Aber weiter rechts. Ähm, Glock? Ja. Äh, du siehst da zwei Wassertürme auf Ungekehr. Ja. Vorsicht, Quatze. Ich glaube, von da kommt die Stücke höher. Vorsicht. Das kommt oben, von dem Ding. Ja, Baumkrone, ich seh's nicht. Schieß da Granaten hoch, wenn's nicht anders geht, wenn die nicht ruhig sind. Zero. Macht genau aus, wo wo geschossen wird. Dann haut da rein. Darf ich dort ne Granate hochschießen? Gab's gerade irgendeinen Verletzten, oder ist das Rutschen? Ja, ja. Da ungefähr. Ja, ja. Äh, Kollege. Du machst. Ich weiß nicht, ob die rausgerechnet hat. Entfernung. Korb, ich schieße jetzt auf. Korb, warte, warte, warte. Entfernung zur Mauer direkt vor uns sind. Bist du fertig? 110. Danke. Zum Buker. Sind die in der Mauer, oder sind die weiter oben da? Ich weiß es nicht. Ich sag dir nur, wie weit es zur Mauer ist. Es sind zur Mauer genau 110 Meter. Korb, wie für die Brüder, komm? Okay. Ja. Okay. Ja. Oh, okay. Mauer. Ja. 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 Link steht so weit frei aus. Ja. Mauer habe ich gerade schon wieder gehört. Das sollte gleich wieder da sein. Ja. Bravo, bring dir mit. Okay. Jungs, wir gehen rechts weiter. Fick dich, Busch. Fick dich, Busch. Kapelle frei. Raub, da bauen wir nicht noch mal. Actual für Bravo, komm. Ja, komm. Ja, wir sind jetzt am Ende der Mauer angelangt. Hier mal an die Mauer ran. An der Kapelle. Übersetzen. Verstanden, setzen über. Ja. Axel Valfa. Ja. Wo steht denn die aktuell? Da wo es knallt. Am Friedhof, auf der nordwestlichen Seite. Wir haben jetzt unseren rechten Stacheldraht, den wir wegsprengen können. Sonst müssten wir Richtung Nordosten raus. Dann hab ich den Wäsch entdeckt. Komm mal nach. Moment. Stacheldraht. Warte, warte. Gehen wir nach vorne? Nein, nein, nein. Das ist Glock hier, oder? Ja. Ja, ja, ja. Oh, Mann. Warum antwortest du nicht? Hab ich doch. Nein. Was kurz geantwortet, dann warst du weg. Bravo ist dran. Don? Hier? Don? Richtung West, oben auf dem Hügel war ein einzelnes Haus. Don? Da kam gerade der Beschuss her. Ja. Links von mir. Hoch, links rum Eingangssuchung. Emke geht rechts rum und sucht sich einen Eingang. Ja, wir haben jetzt noch ein bisschen Stacheldraht vor uns. Wir kommen jetzt gerade hier nicht durch. Ihr habt doch Sprengstoff, springt irgendwo die Mauer weg. Ja, dann springen wir die Mauer einfach weg. Okay, wir gehen jetzt ein bisschen zurück, Leute. Gut, soll ich ganz an die Ecke rausgehen, oder? Machst du das hier? Ich mach das hier, spring die Mauer weg. Alles klar. Jungs hinter die Kapelle. Links mal da so ein bisschen. Genau. Gleich macht es Bumm, Leute. Meldung ist jeder hinter der Kapelle. Voll sie. Roger. So, da ist keiner mehr. Lennart. Sehr gut. Ja, keiner mehr da. Bravo, hier. Voll sie. Schröder. Gut. Alles klar. Gut, ich sprenge. Okay, das geht's. Einfach mir nach. Links hoch. Bravo, vor die Kapelle. Es geht weiter. Wir nehmen mal das Tempo durch die Reben. Eins geht. Was ist denn da noch los? So geht. So geht's. So geht's. So geht's. So geht's. So geht's. So geht's. Hier ist eine Straße, wo eine Straße ist, ist meistens ein Eingang. Das ist gut. Ach was. Weiter. Jungs, wir gehen hier die Mauer hoch. Auf. Auf. Ein Down. Einfach hoch. Auf. 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 Kaliber 50 ist da und Und genau hier die Mauer entlang ist was Okay, bin heil Ich sehe es nicht Ja, irgendwo ist noch was zum Feld Genau, ordentlich rein Schauen Sie zu, dass wir weiterkommen Mombi weiter Um die Ecke los, das ist Bravo, weiter geht Wir haben hier ein Tor Ja, wir haben hier einen Eingang Oh, runter, links von uns Links Bekämpft Weiter Eindring Mal bekämpft Guter Mann Kämpft Pass auf, dass wir nicht zu sehr auf der Oh, BTR Null BTR Geht mal ein Stück, sucht durch meine Deckung Bisschen weg von der Wand hier und sowas Geh nicht zu sehr auf der Wand Mombi roll rüber Gerteilt ich nicht zurück Da steht der hier rechts oder links? Der steht genau auf meiner Höhe Machst du mir bereit, oder? Versuche ich erstmal nur einen Schuss, dass die Besatzung vielleicht rausgeht Und dass das Ding jetzt nicht platzt hier, wenn wir hier stehen Das Ding jetzt nicht platzt hier, wenn wir hier stehen Ein Sprengstoff Wollen mit mir kommen Ne, beziehungsweise gib mir eine Sprengladung Und eine AT Okay Okay Okay, auch gut Red Hast du einen Zünder? Du hast keinen Zünder Hast du noch einen AT Ja, rest in peace, wie war das denn? Ich hab noch einen Zünder Ich hab noch einen Zünder Okay, Zünder und der Schmerzen Gut Soll ich dir eine geben? Ja, mach mal gerade rein Ah, ich hab auch noch eine Nein, haben wir Okay, Jungs, haltet die Stelle und verteilt euch ein bisschen Jawoll Bleib erstmal auf Bitte schön Bravo Richtung 300 So weiter runter Ich lad auch mal im Park mal grad Jawoll Ich geh nochmal einen Schritt zurück, stell dich nochmal an die Wand Oh, das stört Oh, das stört Alles klar Wen hat's denn da vorne jetzt gerade so ordentlich gesiebt? Welches das erste Mal oder das zweite Mal? Das zweite Mal Keine Ahnung Wer ist denn das, der da jetzt gerade liegt? Ist das der Corby? Klingt eher ein Bravo Ist der dunkel? Ich glaube nicht Oh, sieht nicht so dunkel aus, der Karl Scheiß Auf jeden Fall hat er gut gefressen Meine Güte Drüder Kommst nicht mehr an den neuen Wand, der da schläft jetzt? Sollen wir vielleicht einrauchen? Bisschen Glück? Ja, vielleicht Soll er direkt hier den Eingang einsmogen? Ja, dann smoke ich Warte, 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 warte Stehen, bleib stehen, bleib stehen Die haben die Strengladen platziert Oh, okay Warte, 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 warte Warte, warte, warte Warte, warte, warte Warte doch erst bis das Ding brennt Was steigen die dann nicht vor, hast du denn aus? Ja, wusste ich gerade nicht, Splitter, die normalerweise fliegen Ja, fliegen gut hoch, dann würde ich sagen Ba, ba, ba Wahrscheinlich ist es jetzt aber hinreichend kaputt Ähm, kann sich mal jemand hier drauf stellen Ich kann anfangen aus den DTR sehen, wenn auch nur schwierig Und die AT trifft dann die scheiß Mauer, lass mal Ist ne Idee Geh, ich würde da halt ich bereit Das war jetzt nen Eingang Zweite AT zum zweiten Team, das grad durch ist, oder? Tobi, wenns braucht Ähm, holst du Ähm, Korr wieder raus Die haben nur zwei AT-Star im Rücken, warum haben die denn jetzt keiner mitgenommen? Ja, flieg noch weiter, danke Boah Warte, noch nicht, noch nicht Ja, die kommt gut, die liegt gut Entschuldigung? Hammer, ey Die fliegen bei Okay, kommt los Puh Lennart, ich glaub du blootest Was war das? Das war keine Smoke Das war keine Smoke Das war eine Hand hier Ja, ja Jetzt aber Ja, da will auch keiner raus Mami, pass auf Ne, bringt mir keiner raus Die brennen grad mit dem Ding Jetzt können wir erstmal fünf Minuten warten Entschuldigung Ich hab' die Hände schon Ich hab' die Hände schon Verspannung schon realisiert, aber jetzt Wir sind ja nicht Ich hab' die Hände schon Ich hab' die Hände schon Ich hab' die Hände schon realisiert, aber jetzt Oh, ich auch Oh, ich auch So würde der Leise mit dem Lügen gerne Aber ist wieder vollzählig Wir können das vom Haufen laufen, aber das ist noch kurz zu laufen Das ist noch nicht möglich Glaubst du? Ja Ok, ähm Dann geht gleich mal hier weiter durch Vorne lang Ja Einmal komplett mit dem Okay Ja Und dann einmal positionieren Aber warten wir fast durch Ich glaube du hast gerade einen Schnaublei war gefangen Das ist ein sehr guter Hinweis Alpha mir nach Aber ihr habt ihn nicht verstanden, ne? Ja, außenrum, hinten, rein spieken und dann rein warten Ja Alpha eins geht Ja Ich rufe das Wir nehmen Dann gleich die Tore Nein? Dann gleich die Tore Wir müssen auf D2 an D2 lassen Aber drückend sind Da 2 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 7 Ich habe wieder kassiert, wo war der Wichser? Da oben im Bunker oder was? Ja, nein, da lag doch einer direkt an der Tor Okay, Alpha, wir gehen wieder an die Mauer ran Die andere Seite, die haben wir nicht gesichert Nein, nein, hier sind wir alle zwei Ich sag mal, weil er gerade so gemütlich daran vorbeigelaufen ist an der Tür An welcher Tür? An dem großen Tor, wo wir gerade vorstanden, die andere Seite hatten wir noch nicht gesichert Ja, deswegen wollte ich hier so schnell wie ich hier zur Mauer Bravo, ist ja hinter uns Schloch? Ja Sollten nicht Simon und ich erstmal die Scheune da sichern Ja, das ist unser nächstes Ziel, da wollen wir sowieso reden Ja, ich würde sagen zu viert Also langsam runter, Achtung rechts Auch noch ein Haus mit einer Tür Damm, damm, damm Damm, damm Damm, damm Damm, damm 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 Ich fresse ja schon wieder die ganze Zeit alles, was rumfliegt. Bombi, ich bin dran. Alles klar. Brauchst du mehr dran? Nein, ich öffne. Alpha dringt den Kopf noch rein. Okay, Zugriff. Ja. Gut. Ich kann das nicht sehen. Da drin ist ne Maschinengewehrstellung und Sandbeergriff. Granate rein, Granate rein. Okay, stopp, ist down, ist down. Weg, 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 weg. Weg, weg. Ist jemand verletzt? War schon down? Sah gut aus. Keiner verletzt. Oh, warte, ich muss das mal gewinnen. Daher hatte ich eigentlich doch die Splittergranate. Im Obergeschoss stehen Whiteboards. So, Sekunde, ich gehe gleich wieder vor, mach keinen Sinn. Alter, die haben hier einen scheiß MG reingeballert. Ja, ich hab dich immer wieder gesehen. Wir wissen warum. Lass, 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 lass mal vor, ich gehe wieder hin. Ja, überhol mich. Achtung, Friendlies. Friendly, Friendly. Au. Das ist unglaublich, ey. Mein Gott. Ernsthaft. Es hat auf jeden Fall nicht den Fallscherwicht, Zero. Ja. Wo? Ja, 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 klar. Keine Ahnung. Da haben wir einen Hörblick irgendwo. Achtung, oben sind noch welche, oben sind noch welche. Da wird vor der Fresse der MG stehen, da plötzlich Leute draufstehen. Ja. Ja. Ist das nicht immer zu schießen? Komm rein. Ist die Hütte sicher hier oben? Jetzt sind wir Zeit für Fronturlaub. Oben ist einer ausgeschaltet. Okay, wir gehen nochmal hinten raus. Hier clust auf mir alles. Hoch mit euch. Alle, oder was? Wir sollen hinten raus? Nein. Nicht hier rein. Wir müssen hier die Außenvergleichen auf der dunkler Seite. Noch einer ausgeschaltet. Ready. Links frei. Jesus. Sicher die Bude? Ich weiß nicht, ob ich hier hinten eine Waffe hatte oder nicht. Auf jeden Fall. Was hast du? Okay, wir haben hier ein bisschen was. Ich bin mir nicht sicher, aber auch nicht. Ich kann nicht mehr laufen. Das war jetzt von hinten bis vorne eine geile Aktion. Das war irgendwas. Ich fail, ey. Ganz ehrlich. Ey, du machst die Tür auf, sie breit mir voll vor das Gesicht. Und du hältst um. Er ballert ja noch mich. Mir in der Mitte. Ich hab die Tür hier aufgemacht und guckt nur in diese Sandstack-Stellung rein. Ich hab so, okay, das war's. Was ist hier wieder los? Sandstack-Stellung im Gebäude. Sandstack? Sandstack. Was ist das Ding? Bravo hat sich rund Richtung Westen aufgebaut. Sandstack. Kannst du mir entgegenkommen? Ja und? Wer hat den Typ eigentlich getötet? Du willst ja jetzt wohl noch shoppen zu sein, da war es dann auch. Wie ist das? Der Typ ist ja wohl noch. Wie ist das? Ok, Jungs. Wenn Gebäude sicher, dann sammelt euch draußen wieder. Ich hör nur gejammer. Jawoll! Einen Moment. Wir haben nur den gesamten Not-Aktion-Sieg-Bereich sicher. Ist wieder Wunde aufgegangen, ey. Ja, es wird alles relativ sicher, ne? Ja. Ich schaue mich, wie sie sich hierher sind. Oh man. Na ja, so ein BTR das war ja auch. Ja. Ja. Aber irgendwie hätte ich hier mehr im Partilier waren. Alpha, ja. Bravo 2x1. Die haben da vorne aus dem Hohen bekommen. Dann. Toll. Sicherung davon. Wo ist Bravo? Ist aktuell jemand oben im Gebäude? Das? Bravo für Action. Bravo hört. Okay. Ja, wenn Leute versorgt dann im Innenhof sammeln. Alpha, wir gehen dann mal ins Gebäude rein und Richtung Leuten aussichern. Das dauert ca. 2 Mike. Okay. Das ist strange. Was macht hier eigentlich eine Lieferung von Eider? Lennart, bleib hier gerne mal unten bei dem Fenster. Da hat man eine gute Sicht draus. Okay. Mit der Karte kann man nichts machen, ne? Ja. Das macht hier eine fucking Alterskarte. Wer hat eigentlich den Typen auf 20 erledigt? Ja. Muss dann 1, 2 gewesen sein, wie wir uns nicht. Das könnte Scharfschütze gewesen sein, der verbracht ist. Ja, gibt es auch eine wilde Wolke? Oh, das war wohl der Offizier hier. Gut. Sackgesicht. Ich glaube, wir sammeln am Schweizer Lieferwagen. Alpha und Bravo draußen sammeln am Schweizer Lieferwagen. Wilde Wolke. Gut, hast dich schon erledigt. Wir sammeln uns doch wieder draußen am Platz. Ist wohl Ende. Wird bei dir alle da? Alle da. 1, 1, 3, 3. Ja, Bravo vollständig. Sehr gut, ja. Ja, ich hatte das nur offenbar. Alpha vollständig. Ich hoffe, es war richtig oben den Typen noch. 1, 2, 1 vollständig. 1, 2 vollständig. 1, 2 vollständig. Ich bin begeistert. So. Ja, hier bin ich, hallo.